So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paladins. Wie ihr seht, ich bin da mit dem Victor. Das erste Mal, wo ich mit dem Victor spiele. Ich habe keinen blassen Schimmer, was der da eigentlich für Fähigkeiten hat. Ich werde es jetzt mal die echten Spiele rauskriegen. Ich kann eigentlich Paladin überhaupt nur von Hören sagen in Livestream von PvZ. Deshalb habe ich da keinen blassen Schimmer eigentlich, was ich da mache. Okay, der schießt mal so. Nachladen geht so. Ja gut, das kriege ich dann schon raus. Lassen wir uns mal überraschen, ob ich da wenigstens einen Kill zusammenkriege oder nicht. 5, 4, 3, 2, 1. So, ich habe jetzt meine Bonny hier. Okay, das ist mir das für mich. End of up, Killing spree. Frontline needs help. Okay. I've got your back. Also, so oft bin ich mit anderen Charakter. Jesper ahí mich. Ich bin oder ich, was du überdokend? Das ist mir das für mich. Oder ist das für mich? Drei, zwei, eins. Ne, und schon wieder. Ja, ich sag ja. Jeder Charakter ist ein anderes, gleich wie bei Overwatch. Aber wenn man die nicht kennt... Ja, ich wollte halt direkt, dass ich da mehr schlauz machen, direkt mal das Spiel mit euch verleihen. Ich bin hier oben aufladen, damit ihr auch seht. Wie ein Anfänger, der das Spiel überhaupt nicht ganz nicht da verbessern kann. Das Spiel ist begreifend irgendwie. Ja, ja, halt. Auch so. Ja, ich schlauze. Ich bin hier oben. Jeb, ihr unterstützt. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Ja, ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Das ist wirklich schön! Ich habe die Aufmerksamkeit gewonnen! Ich habe die Aufmerksamkeit gehalten, ich habe mich nicht mehr überhört! Scheiss! Ich habe mich nicht mehr gesehen! Ich habe mich nicht mehr gesehen! Ach, und immer die blöde Mauer da. Das war eigentlich bei Overwatch. Ach, dass da zwei Charakteren weiß, aber ich weiß es nicht mehr. Das ist schon länger her. Ich bin auf, ich bin auf, ich bin auf. Du hast schon länger, ich bin auf, ich bin auf. Das ist nicht mehr so. Die Schrein des Ballons. Das ist nicht mehr so. Das ist nicht mehr so. Ach, ich bin auf. Haha, jetzt habe ich verstanden, wie der geht. Da muss ich die aber im Visier haben. Okay, das wird es mir klar wieso. Vorhin haben die die blöde Mauer da aufgestellt und da konnte ich die nicht anvisieren. Okay, ich bin mit der Zeit schon besser geworden hier. Und weiter geht's. So, warte mal, ich knips euch alle aus, dann wisst ihr nicht mehr. Ich bin mit der Angelegenheit. Ich bin mit der Angelegenheit. Ich hab ihn. So, gewonnen. Sogar mit einem anderen Charakter. Ha! Ich bin wieder mal Highlight des Spiels gebeten. Mit einem Diktor sogar. So schlecht war ich dann also wirklich nicht. Hoffe ich mal. Okay, neue Stufe, Konto, Battle Pass Stufe 2. Okay, so Leute, das war's dann mal mit der Folge. Wir sehen uns natürlich wieder. Vielleicht, das was ihr gerade hört, ist nicht ein Massagestuhl, auch nicht ein Vibrator, sondern der Controller, der jetzt mal, wenn da eine neue Runde beginnt, zittert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!